In der frisch sanierten Hyperschale haben die Aufbauarbeiten für eine der spektakulärsten Kunstausstellungen Magdeburgs der vergangenen Jahre begonnen. Ab dem 19. Juli werden dort 55 Werke des Streetart-Künstlers Banksy zu sehen sein. Es ist eine museale Ausstellung, die aber auch zum Anfassen ist. Und wir stellen hier wirklich elf Originale von Banksy aus und viele, viele andere Ausstellungsgegenstände, die mit seinem Leben wirken, schaffen, in Verbundenheit oder stehen. Dazu gibt es, sage ich mal, informativ eine Media Hall, wo, sage ich mal, das Schaffen gezeigt wird von Banksy. Es gibt VR-Brillenbereich, wo man durch die gesamte Welt reist. Und auch dort in den verschiedenen Metropolen Amsterdam, Paris, London, New York, das Schaffen von Banksy im Prinzip sieht. Es ist eine qualitativ hochwertige Ausstellung. In der Ausstellung, die wir zuvor, diese Ausstellung, die wir zuvor in Berlin hatten, waren weit über 50.000 Besucher. Und wie gesagt, Grundtendenz einfach nur positiv. Und wie gesagt, Grundtendenz einfach nur auf die Welt.